Fuck Hab ich nicht gesagt Sex Kürbisse hatte ich da ja auch noch Hey Ist es fertig? Ist hier auch fertig mit dem Wassermelon? Ja Das Kürbisse ist fertig Na passt Ich bin natürlich eine Reihe noch und dann noch ein paar Zack Okay Ja was anderes gucken geht kurz Okay machen wir das so Der Schneemann lebt noch aber irgendwie bezockt er keinen Schnee Ne Hat keinen Bock Hm Fett um Geld Gott ey Geh mal schlafen Gehst du? Super Mhm Du kennst only sleeping night Jetzt Hm Hm Vor allem wo ich dann gestern nach dem Mod gesucht hab ne Hm Dann hab ich ja eingegeben Mod das nur eine schlafen gehen muss Das finde ich Mein Video Vom Monster Oh lol Was wir da gemacht haben Hat die auch nice ne Ne? Hat die auch dann nice Ja Ja klar Wie ist der Titel so bestimmt ne? Ja Der Titel war echt geil Schlafgebot ist einfach geil Oder so hab ich geschrieben Hehehehe Voll behindert ey Was fragst du dich noch? Ich hab langerseits voll behindert ey Das merkt man meistens jetzt im Nachhinein ne Was für behinderte Titel man manchmal geschrieben hat Okay Unfest Deswegen reinig das sehr eben auch Das ist jetzt ein voller Block so müsste ich Falsch mit dir Alles Gut Gar nichts Da mach ich nun ne leiter hoch Das kann man so als Ding nehmen als etage oder treppe dann kommt hier nur hin aber was zu tun zum einrichten er guckt mich jetzt nicht an was richtig ist doch gerne ein aber das dauert immer als fit das kostet mal so viel zeit ja ist jetzt so ne wenn sich für zeitkosten würde ich alles einrichten aber sonst geht es ja gut mir geht es doch immer gut gehen wir das so hin wie geht hat mich übergeben hat sich nicht lecker angehört aber auch nicht lecker aber sollen wir einen durchbruch machen eben ich muss grad irgendwie das dach aussieht nachher von dem stall da wo jetzt unser haus steht kommt der stall hin ok dann kann ich auch die front machen dann kann es so sein dass sich vielleicht beide verbinden und das so schräg ineinander laufen lassen müssen wir gucken warum nicht das haus wird ja nicht so sein sondern das wird vielleicht entweder noch nach ja lass mal die front die eine fronte offen die mittlere front lasst man bitte offen und die mittlere front ja so vorne dienen ja also jetzt im mittelteil von der mittlere feld die da wo das haus jetzt dran klebt ja ich weiß was du meinst das ist nicht doof kopf dass du das machst willst du das bauernhaus fertig weil du wolltest angebunden haben wollte gucken du wolltest das ist anbindet ja ich weiß ja ganz einfach die blöcke reinmachen das ist ja nicht mein problem das kannst du machen ach fuck willy bin ich dir jetzt runtergefallen eigentlich hast du schon das ganze frische wasser verprallert ich habe immer nur produziert wie ich brauchte weil du so viel wie du brauchst ist wo wegen was denn also essen ist ja noch da was die brote sagen die frage ich das so als rundes ding näher mach ich zu bum 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 Ich komm noch nicht dran, war klar. Deine Arme sind zu kurz, Steve. Nein, ich hab keine Karten-Tast-Blöcke mehr. Nooo! Oh, schade. Shit. Oh, einen. Jetzt hab ich wieder einen. Ich brauch nur einen. Der kann da hin. Okay. Brote sind fällig, ruhig mal Fleisch. Richtig. Sklapp. Zitzt, zitzt, zitzt. Ich brauch nur vier Sticks Fleisch. Sehr froh, dass Fleisch nicht vergammelt, dass du so einen Kühlschrank baust. Das wär was, ne, bei Minecraft. Boah, das wär richtig stresshaft. Ja. Die Frage wäre dann auch beschreiben. Äh, wo ist die Pfanne? Pfanne? Glaub ich grad. Warum? Hallo. Wenn ich grad was machen wollte. Egal, mach ich eine zweite Pfanne. Ja. Ja. Hast du ja schon nüt. Ja, ich hab ja gerade eine zweite Pfanne bauen. Tja. Was wolltest du machen? Tortillas hat. Hab ich schon gemacht. Fisch-Dakus machen. Genau. Ich hab Kalamari nämlich. Ich hab's ja nicht. Wie war das? Ähm, wie viel gählst du? Wie viel gählst du? Ähm, wie viel gählst du? Wie viel gählst du? Wie viel gählst du? Ja. Bringt ja mehr. So wie du meintest mit der Zoe, Alter. Ah, ja. Das ist normal. Hm. Cheesy. Oh. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha ha. Ha, ha, ha. Käse, kalamari. Ha, 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 ha. Oh, ha, ha. Oh, ha. Oh, ha, ha. ий гол Wort McC twin unterdessen kommen. Itu hat jemanden orgasmus. товuk. Undわかlen, Schands. lost, kohinn. Ach, ho, ha, ha. Oh, ha, ha. Sinne swear am 1 million. Ha, ha, ha. viel salz habe ich noch da hat es ein problem wir haben zu wenig salz nein kiste war ihm auch noch was dann draußen was was solltest du denn gerade machen käse ja reicht nicht 28 stück habe ich das wollte ich gleich rein schmeißen dass man hat das das und das welches bräuchte für käse achte pot was den bot noch ich glaube ich mache von am besten von jedem zwei stück scheiße käse nicht vor sich käse alarm vorsicht milch alarm vorsicht potter habe es geradeaus magneten so das bräuchte noch mal zehn käse wieso funktioniert das jetzt nicht ich gehe gleich erst wenn alles in ruhe zu lang können die zirn natürlich diese geht nachs rezept ist nicht welches also kann sich herstellen aus die tortillas und den salatblatt und halt auf dem hackbrett das muss schon liegen bleiben das kann man sehen im winter aber ein koffer ne ne doch hier geht das so komisch ich ein bisschen bogey manche sachen musst du wahrscheinlich machen die taktos die prägen viel kollen und dreieinhalb gelbe toll der cheeseburger bringt vier und vier ja und ich wollte zwischendurch auch mal was anderes nehmen deswegen ja ich weiß was ich ein bisschen mehr als taktos habe so jetzt brauchen wir noch also deluxe jetzt brauche ich salatblätter und tomaten 16 32 48 stück drei steaks brauche ich in den hinteren kisten nach so bestimmt in den hinteren kisten muss ich gucken 123 12 der stück war noch drinnen dass ich schon mal die hamburger fertig habe tomaten habe ich zu viel das ding habe ich das kann ich damit rein muss man aber das ist so nachher jetzt kommt das ja jetzt kommt die scheiße weil die ja nur doppelt weil die jetzt nur noch 26 sind ja ist so ne mal genäht hast du ausgaben dann sagt es ich bin schon wieder raus ich wollte mir nur gerade was zufutter machen dass ich weiter arbeiten kann ja ok wenn ich was dabei habe dann ich kann aber warte die deluxe burger herstellen ein kalamerik ist auch wenn du die ganzen zinten verschickst ne ja kannst du auch tofu glaube ich nehmen war das ne ja firm tofu kannst du auch nehmen ja guckt für schwirms guckt ach guckt kalamari hast du